Hallo Gäste euch, es ist wieder Zeit für einen Drink. Ich mache euch heute einen La Rouge. Dafür brauchen wir Vodka 5CL, wir verwenden Shambord, das ist ein französischer Beerenlikör, einen halben CL, wir nehmen Heidelbeermarmelade, einen guten Barlöffel frischer Krebsrutsaft 2CL und schwarzen Pfeffer. Dann wird das Ganze geschenkt. Das Ganze in ein vorgekühltes Glas, abseilen und garnieren tun wir mit Heidelbeeren in einer Krebsrutscheste. Fertig ist La Rouge.